mein herzlich willkommen hier zurück zur ersten sonntags ausgabe let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map in der version 1 6 ohne gräben und ja wir sind dabei uns an die aussaat leicht zu machen vorher muss ich hier erstmal auf dem hof noch mal in ordnung machen jetzt hier rückwärts weg fahren oder was jetzt da lang gibt es ja gar nicht so wie gesagt in der gestrigen nachmittags ausgabe habe ich haben wir geguckt wie es bei den produktionen aussieht wer was braucht und so ich habe versucht mir das irgendwie zu notieren und eine bestandsaufnahme zu machen und wir haben uns überlegt was wir alles aussehen wir haben auch noch ein feld gekauft das heißt ich werde jetzt auch noch auf einem feld werde ich jetzt auch noch düngen müssen das feld 41 auf der unteren insel gekauft und ja und deshalb werde ich jetzt den hier gleich mal nehmen zum düngen wenn ihr euch jetzt fragt ich sag mal wieso sind hier deine fahrzeuge so schmutzig warum wäschle ich nicht mal das liegt einfach daran ich habe ein mod installiert clean crew heißt der und der sorgt eigentlich dafür dass es automatisch geht heißt es und also alle zwei tage und mitternacht sollen hier meine fahrzeuge gesäubert werden mal gucken ob das so ist müssen wir mal im auge behalten mit dem hier fahren wir jetzt erstmal zum feld 41 und dünnen das wir müssen uns auch eigentlich ja noch darum kümmern dass hier die dünner produktion auch weiter läuft voll machen Super, danke. Voll gemacht. So, jetzt kann ich ja hier über mein Feld 20 fahren. Das nutze ich ja nicht mehr. Das habe ich ja platt gemacht. Schauen wir mal, ob wir denn da den Rest vom Feld 20 noch nutzen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da dann noch anpflanzen soll, aber muss man ja auch nicht umkommen lassen eigentlich. Das muss ja nicht sein. Das tut ja nicht Not. Meine Lieblingsabkürzung einmal hier über die BGA. Ich will erst mal eben meine Aussaat flotten parat machen, das hier gesät werden kann. Und wenn das nämlich alles im Gang ist, dann kümmere ich mich um die Produktion. Weil die Maschinen, also mit Cosplay, macht das ja eigentlich recht gut. dann hier können wir auch noch Kompost abholen von der Produktion. Wir haben jede Menge Schnaps, wir haben Bier. Oh, da steht auch noch mehr Bier. Das ist ja Wahnsinn. So, einmal über die Brücke. So, einmal über die Brücke. Mal gucken, was hier noch hinkommt. Mal gucken, was Fäden sich da überlegt. Da in der 1.7 schon was kommt. Mal schauen. Mal gucken, was Fäden sich da über die Brücke ist. So, stopp. Man sieht nichts, egal. Feldrandkurs 41. Da ist er auch. Arbeitsbreite automatisch. Startposition. Und jetzt, guck mal. Jetzt gibt es hier ein neues Feld. Geil, ne? Vorgewende rundherum. Vorgewende Bahn. Machen wir. Vier. Startrichtung automatisch. Im Uhrzeigersinn. Generviere Feldkurs. Und dann zeige ich mir nämlich den Kurs hier auf dem Feld auch gleich an. Das ist doch super. Ah. Dann fahr mal. Und bitte. Weil der ist ja auch umzuck fertig damit. Mit der Geschwindigkeit, mit der er da fährt. So. Einmal gegen die Tankstelle fahren. So. 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 , so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt müssen wir Saatgut haben Ich weiß gar nicht, wie viel Saatgut hier überhaupt noch ist 45.000 Was fehlt? Dünger haben wir, Getreide muss da noch rein Okay So, gut wäre dann hier einer fertig Jetzt holen wir uns den zweiten dazu Okay Da ist sogar noch ein bisschen Saatgut drin. Nichtsdestotrotz, können wir eben auch gucken von den Einstellungen her, nicht dass das so eingestellt ist es die Britte aus, ok. Ok, voll. Ja schön. Ja, hauen wir mal auf die Kacke. Machen wir mal hier mit dem großen Spielzeug. Sehen wir jetzt mal aus, schnappen wir uns hier die erste. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ist voll, dann holen wir uns jetzt noch einen Dünger da rein. Na ja, das üben wir aber noch, das üben wir noch, Friesenjung. Unfassbar. Unfassbar. Oh Mann ey, was ist doch hier? Geht doch auf keine Kur und was ich hier treibe. So, jetzt aber. Einmal voll machen bitte. So, in der Zwischenzeit kann man auch schon mal eben auswählen. Wie war das denn hier, sag mal, welcher Taste war denn das noch? Äh, so, ja klar. Saat fehlt. Ne, Zucker holen wir nicht. Ja, Weizen wollen wir nicht haben. Weizen. Ja, schön. Ja, bei der Schafen ist Wolle voll. Das ist wunderbar. Achso. Bullshit. Ich mach hier Sachen ey. Unfassbar. So. So, Feld 1. Müsstest du eigentlich für Säen, müsstest du eigentlich schon einen Punkt geben. Zack. Aktiviert. Schaf. Ja, dann lassen wir das. Dann nehmen wir einfach. Laden wir den hier. Säen. Rade anfahren. Ersten Wegpunkt. Und fertig. Mal gucken. Ob keiner guckt. Das geht dann gleich sowieso schief. Aber das sehen wir dann ja. Ja, meine lieben Zuschauer. Schön, dass ihr da wart, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir ein Like, Kommentar, Abo. Kommt zu friesenjung13.de. Falls ihr Bock habt, bei einem der nächsten Livestreams mal mitzuspielen. Auf meiner Homepage gibt es einen Beitrag. Der ist sticky. Also es wird ganz oben gehalten. Bewerbung zum Mitspielen oder so heißt der. Äh, könnt ihr im Formular ausfüllen. Und, äh, dann gegebenenfalls beim nächsten Mal mitspielen. Oder bei einem der nächsten Multiplayer Livestreams. Ja, würde mich freuen. Und, äh, in diesem Sinn sage ich tschau. Wir machen unsитсяern. Ja. Los Bis zum nächsten Mal.